jo leute und willkommen wieder hier auf meinem kanal incav heute mal aus einer anderen location und zwar aus österreich ich weiß es sieht komplett anders aus als sonst in den reactions aber ich habe gesagt ich mache trotzdem offline reactions habe ein altes mikrofon mitgenommen kopfhörer laptop alles mögliche kamera natürlich auch und da machen wir jetzt eine reaction nicht wundern auf meinem laptop ist nach der white mode aktiviert das ist schrecklich ich finde es selber sehr sehr schrecklich wir schauen uns jetzt einfach mal an was was es neues gibt denn ich sehe hier schon wieder morgens bei bbm gesigned trache nur das wieder da und irgendwas mit der militanten veganerin ich bin sehr sehr gespannt bei der militanten veganerin das habe ich schon mitbekommen irgendwas junge irgendwas mit onlyfans ich ich komme nicht darauf klar also da bin ich am meisten gespannt was da jetzt los ist komm wir gucken rein jo freunde herzlich willkommen zu den besten news in youtube deutschland herzlich willkommen zu den cake news wir haben heute knapp sieben zu zwei verloren es wäre wirklich wunderschön wenn ihr das video liken würde das würde mir wenigstens etwas das war auch schon das letzte mal die verlieren also wenn die verlieren dann oftmals so utopisch hoch ne scheiße man gute laune geben bei bbm gibt es jetzt ein neues signing meine freunde aber ich denke ich denke das liegt am torhüter vor allem bikini bottom mafia ist ja das label was sanjago gegründet hat und haben auch gemeinsam mit ihm ein song am donnerstag um 23 59 veröffentlicht lange wurde spekuliert wer es ist ist es vielleicht asche moise oder irgendwer anders man hat sich tatsächlich für die schlechteste option entschieden und zwar moise tatsächlich moise ist das neue bember tatsächlich moise ist das okay das ist wieder gut geschnitten aber junge ich schwöre ich habe selten etwas gesehen was so viel hate produziert hat alles das signing von moise ihr müsst mal unter das video gehen mal die kommentare abchecken das ist nur hate gegen moise weil also jetzt mal hand aus herzen aber er sie mich mich juckt das nicht wer wo gesigned ist wer musik macht wer nicht aber er hat jetzt nicht so diese dieses gesangsstimme wo man jetzt sagt das gönnt man sich jetzt extrem viel bei der part bei diesem video war okay aber man merkt er hat so nicht die die klare aussprache und er hat einfach nicht diese diese stimme dafür ich weiß nicht also entweder du hast die oder du hast die nicht ich finde moise hat ihn nicht aber vielleicht kann er uns auch im lauf der zeit eines besseren belehren das neue member bei bbm was ich nicht so ganz verstehe schreibt schreibt mal rein wie ihr das so seht ob ihr das genauso empfindet oder ob ihr sagt ne moise voll stabil amk zu sein weil ich finde ihn rap technisch jetzt nicht so krass dass ich ihn sein würde um ehrlich zu sein wie gesagt haben sie auch einen gemeinsamen song rausgebracht und da hat moise sogar gegen maestro geschossen finde ich persönlich sehr sehr krass die beiden waren ja im keller und so weiter gemeinsam unterwegs maestro hat glaube ich in dem video auch gesagt dass sie jetzt nichts mehr zu tun haben aber man muss auf jeden fall sagen dass maestro trotzdem durchgehend noch so loyal geblieben ist dass er also man kann man kann zu maestro ja sagen was man möchte aber der typ ist also auch wenn der manchmal ein bisschen quatsch erzählt hat und ich habe natürlich auch manchmal quatsch erzählt aber er ist ein freundlicher typ ich würde schon sagen er ist ein ziemlich freundlicher typ öffentlich nicht ein einziges schlechtes wort über moise verloren hat was krass ist bei so beefs und so weiter was krass ist weil normalerweise wenn dann so eine freundschaft kaputt geht und bei diesen influenza dann wird er normalerweise hin und her geschossen und nicht nur das maestro hat auch immer moise verteidigt als moise zum beispiel die sache mit asche gemacht hat da hat maestro dann einen super schlechten district gegen asche rausgehauen um irgendwie hinter moise zu stehen und ihn jetzt einfach zu und und asche hat ihn zerlegt asche hat asche hat ihn komplett zerlegt also was ich was asche der gegen maestro oder das war doch eher asche gegen moise das history diesen diesen district der dann zurückkam also ohne scheiß von asche habe ich nie viel gehört aber das war also das war richtig krass also ich kenne das lied yeo history und a history hat alles also ohne witze dass das war komplett krank und hat genau das gegenteil bewirkt von dem was wahrscheinlich moise bewirken wollte oder wie auch immer dahinter steckte vielleicht wenn man halt nicht mehr cool miteinander ist finde ich auf jeden fall nicht so nice was auch nicht so nice ist ist halt jetzt die frage was passiert mit kollega denn san diego ist ja cool mit kollega kollega ist allerdings cool mit asche und der hat ja offensichtlich beef mit moise nach den ganzen sachen die da halt passiert sind jetzt ist die frage hält kollega zu san diego oder zu asche oder ist das irgendwie okay obwohl da irgendwie leute beef haben und jeder ist da mit jedem cool da bin ich auf jeden fall gespannt was die nächsten wochen noch passiert wie gesagt nichts gegen moise aber ich kann mir seine stimme beim rappen und so einfach nicht geben ich finde es klingt einfach nicht gut auch wenn er vielleicht text hat die in ordnung sind was sagt ihr dazu schreibt es gerne in die kommentare wen würdet ihr euch bei bbm wünschen vielleicht ein guren tv schreibt es auch gerne rein bevor wir starten aber noch eine meldung vom sponsor des heutigen videos call of dragons ein komplett neues fantasy adventure strategie spiel von dem da das das hole ich mir direkt im anschluss nachdem ich das video geschaut habe werde ich mir direkt das spiel können also dass das soll übel gut sein so überspringen das mal aber trotzdem check das ab und okay ich werde es auf jeden fall mir direkt kaufen teuer noch heute veganismus kann auch ganz schön geil sein meine freunde ich habe in dem format ja schon öfters über die militante veganerin berichtet und jetzt gibt es was neues ihr werdet es nicht glauben sie hat sich tatsächlich of gemacht was ich aufgrund der werbefreundlichkeit nicht so ganz aussprechen kann hier steht was ihr da bekommt das ganze kostet 20 euro im monat und ich habe natürlich recherchemäßig ein bisschen aber das geht trotzdem ich habe letztens ein video geladen mit dem titel only fans ohne dass ich irgendwas anders geschrieben habe das war trotzdem werbefreundlich also das geht schon das wird ja also das ist also ich weiß nicht was ich dazu sagen soll man ich habe die nachricht bekommen ich habe das auf twitter habe ich das als erstes gesehen und dachte mir das ist ein rolle ich dachte es ist so ja erst april ist halt ein spaß ist halt ein scherz das kannst du keinem erzählen jetzt ohne witz das ist doch ein spaß ist das kann doch nicht ernst sein 10 geschaut was da so hochgeladen wird und ich sage mal so ja es ist es tatsächlich genau das was da versprochen wird das sind keine sachen wo man nicht sieht oder irgendwie bedeckt oder so sondern wirklich komplett alles mit spielzeugen und so weiter also wirklich das komplette programm 20 euro im monat wie gesagt ich kann immer noch nicht verstehen warum man für eine person da geld ausgibt weil für 20 euro kann ich noch ein premium also wie kann man sich für also näher jeder wie er das mag ne aber sie sie setzt sich ja für eine für veganismus ein was ja eigentlich eine gute sache ist aber das nimmt doch so ein bisschen die seriösität wenn du jetzt im gegenzug dich dann auch noch anbietest anderweitig im internet also keine keine ahnung ich weiß ich also ich habe sie jetzt ähnlich gefeiert oder gerade die letzte zeit noch weiter supportet oder gefühlt oder irgendwas aber das ist wirklich also da tut mir alles weh auf irgendeiner anderen seite holen allerdings muss ich tatsächlich sagen dass es nichts gegen leute die only fans machen also das möchte ich jetzt nicht sagen aber sie sie möchte ernst genommen werden macht dann aber viele komische aussagen viele komische sachen und es fühlt sich so an als würde sie bloß die reichweite nutzen um einfach so viel geld wie möglich rauszuschlagen wie es geht weil sowas machst du doch nur des geldes wegen wegen was anderem machst du es eigentlich nicht wenn du schon eine gute reichweite hast sie so langsam das gefühl habe dass es ihr gar nicht mehr so wirklich um die aufklärung geht sondern es kommt eigentlich so rüber als wenn sie das alles genutzt hat um sich jetzt einfach so ein business zu starten also das kommt schon auf einmal lädt die da sowas hoch so jetzt macht gar keinen sinn aber gut kommen wir mal zum nächsten thema das ist nämlich zufällig auch die militante veganerin meine freunde ja bruder doppelt hält am besten oder ich wollte mit der militanten veganerin kaffee und kuchen drehen falls du das hier siehst wir können auch gerne was für den onlyfans drehen da bin ich auch gerne dabei ne okay jetzt aber mal zum thema und zwar hat 47 ein rap battle format wo er immer zwei leute einlädt die meistens nicht mal rapper sind und die betteln sich dann halt gegenseitig in zwei runden dort war jetzt vskills den ich ehrlich gesagt gar nicht kenne und die militante veganerin und man muss einfach sagen sind natürlich beides keine better rapper aber vskills ist halt so weg junge junge wir können einfach mal den vergleich machen das hier ist die militante veganerin und das ist vskills für was wir die tiere machen ich bewert mich beim metzgereiz und frieden schaffen ich setze mich ein aber für liebe sachen ich lass die 20 prozent effektiver schlachten ja also deutlich also von er war halt komplett offbeat ne also komplett also das ist halt bitter gewesen ich habe mir das auch angeguckt fand ich ich fand das die von dem von beiden seiten des battles sehr sehr schlecht also danach kam ein battle online aber wir hatten da gebettelt dass ich glaube ich hätte all die rapper oder wie er heißt ich glaube all die rapper ne poka der hat die hat gebettelt gegen irgendjemand anderem straßenkontrolleur oder so übel gut oder das keine ahnung wie man seinen fahrgartenkontrolleur oder so übel gut gewesen und rappen und so weiter also guckt euch sowas vorne leider gab es dann auch zwei aktionen von vskills die nicht ganz so cool gewesen sind unter anderem das in der ersten runde und quasi das gleiche noch mal schlimmer in der zweiten runde da ist das hier passiert bekommt eine chance doch ihre schwester sie starb umsonst das geht logischerweise gar nicht ich will hier auch einfach mal ganz kurz den eilmann raushängen lassen ja jetzt mal prinzipiell also es muss nicht mal wurst gewesen sein oder so wenn du irgendwas man wirft niemanden irgendwas weder an den kopf noch an den körper wenn man so ein battle macht man kann das ja symbolisch einfach runterfallen lassen oder so aber nicht den gegner damit bewerfen so das ist das ist halt wirklich übel unangenehm das hätte auch ins auge gehen können mit der beefy die hat ja so eine so scharfe kanten irgendwie also jetzt die verpackung halt drum rum ist auf jeden fall nicht cool eine regel beim battle rap ist auch eigentlich lass den anderen ausreden also rede nicht rein bewerf ihn mit nichts hau ihn nicht fass ihn nicht an oder sonst irgendwas und sowas ist halt einfach unnötig bei dem gras kann man sich vielleicht sogar noch mal drüber streiten aber die beefy geht einfach gar nicht so wie gesagt er hätte es auch zu irgendwelchen schäden kommen können stell dir mal vor du verlierst dein augenlicht weil du mit einer beefy bei einem rap battle abgeworfen wurde ist er ist aber auch eine coole geschichte muss man sagen ja auf jeden fall hat faust geht's auch noch mal darauf reagiert hat sich auch entschuldigt hat auch gesagt dass das nicht geht und ja mein gott ist dann halt einfach so also wenn ich werfe auf den boden der gar das stört es keiner bei ins gesicht muss halt nicht sein da hatte meine freundin auch immer was dagegen drachen dort ist wieder da meine freunde ja obwohl ich letzte woche darüber berichtet habe dass der drachen dort aufhört weil er in einem tik tok video das hier gesagt hat leute die mich auch lange auf youtube verfolgt haben die wissen dass ich das schon ein paar mal versucht habe und auch schon ein paar mal machen wollte aber ja ich möchte mich zurückziehen es war als die als die news von kuhn.tv rauskam das war so klar dass er nicht aufhören würde und real talk ich glaube ein tag später oder paar stunden später hat er schon weitergemacht also das hielt echt lang aber das problem ist du brauchst den drachen dort halt nicht glauben weil der typ lügt halt fast permanent so egal was er erzählt glaubt ihm das nicht direkt weil das ist sehr sehr schwierig beim beim drachen dort 34 ich werde dieses jahr 34 ich möchte vor allem lebt er ja davon also würde er jetzt aufhören er hat ja nichts also er hätte da nichts von daher er muss ja immer weitermachen der wird auch immer weitermachen ne solange bis es irgendwann wieder eskaliert und irgendwas komisches passiert im öffentlichen leben zurückziehen ich möchte keine videos machen ich möchte keine streams machen hat er sich nicht mal 24 stunden später dazu entschieden doch weiterzumachen das müsst ihr euch überlegen ich habe samstag meine cake news aufgenommen und sonntag war es schon wieder falsch wo da kannst du dich nicht wenigstens zwei tage daran halten dass man das irgendwie auch produzieren kann er hat jetzt ein neues tik tok hochgeladen und dazu hat er folgendes geschrieben doch ich bin von meinen fans und zuschauern abhängig sowie jeder andere influenzeer auch zum ende habe ich noch eine bitte ihr findet einen link mit meiner e-bahn in der beschreibung der grund warum ich aussteigen wollte hat sich als undurchführbar herausgestellt bin also leider weiter darauf angewiesen wer mir helfen und mich unterstützen kann und möchte es tut mir leid ich danke euch aber für jede hilfe ja es war eigentlich fast schon klar dass das ganze so kommt ich persönlich finde aber dass das jetzt auch kein weg ist ich meine was möchtest du jetzt machen alle drei tage deine e-bahn posten damit irgendwelche leute die geld spenden damit du dann irgendwie aus glück so viel geld bekommen dass du dir was zu essen und schlafplatz holen kannst ich habe das schon in der letzten folge gesagt hör auf mit youtube hol dir einfach bürger geld irgendeine günstige wohnung erst ich glaube dass das haben jetzt mittlerweile schon wie viele leute hunderttausende leute drachen dort gesagt dass er aufhören soll mit youtube ich glaube er wird es auch jetzt immer noch nicht machen ich glaube wenn ich das tag für das nicht machen wenn die grundev das sagt oder wenn es selbst wenn es der präsident von amerika sagt so ich glaube drachen dort wird es aber nicht machen so der wird immer weitermachen so lange bis er wirklich überall gebannt ist und zwar permanent aber er kommt ja immer wieder zurück man versucht dir erstmal ein vernünftiges leben aufzubauen weil so kann es halt nicht weitergehen mit den ganzen helden die dich provozieren und du dich auch durchgehend provozieren lässt wird das halt nichts das wird erst enden wenn du im knast bist aber man muss doch ganz ehrlich sagen vielleicht braucht er das auch einfach um daraus zu lernen keine ahnung was sagt ihr dazu schreibt es gerne in die kommentare das waren die news von dieser woche ich hoffe es hat euch gefallen meine freunde wir sehen uns dann nächste ok dann war es das mit dem video dankeschön und falls euch die reaktion hier gefallen hat ich weiß ist eine andere location ist ein bisschen anders geworden als sonst da würde es mich aber trotzdem freuen wenn ihr da einen kommentar da lassen like da lasst und eine 53 in die kommentare schreibt damit ich weiß ihr habt bis hierher geschaut und ja lasst gern abo da liebe geht raus und wir sehen uns bis bald jo ciao achso siehste ich muss ja hier noch das beenden weil ich habe nur ein bildschirm